WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR die Panasonic DMC-FT5 weggetan habe. Ich war da letztendlich doch ein bisschen unzufrieden mit. Habt ihr wahrscheinlich auch öfter mal gemerkt, was so die ganzen Nebengeräusche und dem Bildstabilisator anging. Aber das nur am Rande. So lange filme ich jetzt mit der Action Cam, bis ich mich für was anderes entschieden habe. Falls ihr da irgendwelche interessanten Infos für mich habt, könnt ihr mir die gerne mitteilen, welche Kameras besonders gut oder auch nicht so gut sind. Naja, so. Wie gesagt, heute Morgen Abach-Talsperre. Die Sonne ist so ein bisschen zu sehen. Der Wind ist recht eisig. Ein Grad. Und ich werde hier mal eine kleine Radtour machen. Dort drüben steht Monty. Da gehe ich jetzt kurz mit euch rüber, zeige euch das ein oder andere noch, was hier so steht. Die Information zu den Talsperren, die es so gibt, brauche ich jetzt nicht alle vorlesen, glaube ich. Was interessant ist, dass das ein Einzugsgebiet von 35 Quadratkilometern ist. Und zwar wird das Ganze hier gespeist durch den großen Ahrbach, der kleine Ahrbach, die Murmecke und die Hasbach. Und über einen Beileitungsstollen mit 1,5 Kilometer Länge werden die Abflüsse der Karpke auch noch der Talsperre zugeleitet. Ja. Soweit, so gut. Ich habe keine Karte mit. Ich habe kein Navi mit. Ich lasse mich einfach wieder der Nase lang gleiten. Und die schönen Momente werde ich für euch aufnehmen und mit euch teilen. Bis gleich. Was ich jetzt schon feststellen muss auf den ersten Metern, der Wind ist heute doch recht eisig. Also gefühlt haben wir definitiv unter 0 Grad. Man hört es vielleicht auch ein bisschen an meiner Stimmlage. Aber der Weg hier ist schön geteert. Momentan wird der Wald geputzt, wie ihr seht. Alles, was an Totholz ist oder zum Lüften einfach, kommt raus. Die sind hier recht fleißig. Was schon auf der Anfahrt auch schön zu sehen war, wie gepflegt die Wälder hier rund um Bad Wöhneberg sind. Vorbildlich, würde ich das Ganze nennen. Echt vorbildlich. Mal schauen, ob es so bleibt. Die Aussicht, wie ihr seht, ist schön und der Weg geht hier mehr oder weniger immer neben dem Abachsee oder Stausee vorbei. Und das riecht wieder so gut mit den frisch geschlagenen Fichten hier. Ja, herrlich. Hier kann man wieder einen von diesen kleinen Zuflüssen sehen, die ich vorhin schon genannt habe. Welche das genau sind, weiß ich leider auch nicht. Haben kein Namensschild an der Brücke oder so. Ist aber auch, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Was viel interessanter ist, ich musste gerade mal bremsen und da ist mir eingefallen, dass ich doch vor gut einem Monat mir neue Bremsbeläge geholt habe, weil an diesen nicht mehr ganz viel dran ist. Also, wenn ich nachher zu Hause sein sollte, dann muss ich unbedingt meine Belege wechseln. Die haben es echt hinter sich. Ansonsten muss man aufpassen bei dem Untergrund momentan hier. Ich bin gerade schon einmal da ins Schlingern gekommen. Das ist schon recht schmierig. Sieht das nicht klasse aus, Leute? Ich hoffe, mit der Action Cam das funktioniert hier mit Bild und Ton. Weil bei mir ist es nun mal so, ich bearbeite Ton und Bild eigentlich nie nachgroß, sondern schneide das nur so zusammen, wie ich meine, dass es schön ist. und da sollte es eigentlich auch bei bleiben. Wunderschöne Ecken hier. Da gehe ich doch mit euch mal kurz in die Richtung. So ein kleines Stück. Ich will hier nicht zu viel durchgehen. Hier wächst schon überall neue Pflanzen. Und hier ist auch so ein natürlicher Wall gemacht mit dem ganzen Schnittgut. Da will ich mich auch mal dran halten als Grenze. Da hinten ist die Staumauer zu sehen. Und hier so ein kleiner Nebenarm. Das ist echt wunderschön hier. Nach jeder kleinen Kurve möchte ich am liebsten die Kamera wieder nehmen und euch die einzelnen Rinnseele oder Rinsale zeigen, die hier aus den Wäldern rundum kommen. Und dann, so wie hier zum Beispiel, runterlaufen in den Stausee. Da fliegt gerade ein Fischreiher weg. Das ist so schön. Habe ich wahrscheinlich heute Morgen schon gesagt. Aber ich bin halt schnell zu begeistern. Und das ist in dieser Umgebung ja auch nicht schlimm. Hier nochmal, auf dem gesamten Randweg, Gefahr von verschmutzter Fahrbahn. Ja, wäre mir fast nicht aufgefallen. Hier geht es auch schön runter. Hier nochmal so ein paar Hinweisschilder. Bad Bühneberg 5,7. Von da komme ich gerade. Richtung Bleiwäsche geht hier der Radweg. Also hier kreuzen sich Meere. Dieser Auenradweg, Paderborner Landroute. Echt eine tolle Gegend. Und ich fahre jetzt hier diesen Rundweg, Ahrbach-Talsperre weiter. Was noch vielleicht gesagt werden sollte, das Ganze ist ja hier zur Trinkwassergewinnung und Naturschutzgebiet. Deswegen darf man hier weder Hunde unangeleint noch angeln, schwimmen, baden, reiten oder sonst was machen. Es ist wirklich nur zum Spazierengehen und Radfahren. Und das mache ich jetzt. Auch hier wieder so ein schöner kleiner Zufluss. Aber richtig schön ist die andere Seite. Und zwar ist das hier so terrassenförmig angelegt. Und fließt dann runter Richtung Talsperre. Oder Richtung Stausee. Ja. Aber was ich vorhin sagte, von wegen Hunde hier nicht rumlaufen lassen und, und, und. Das erste, wo ich gerade ein Fahrrad hier hingestellt habe. Eine Tretmine. Wie sollte es anders sein? Also es interessiert nicht wirklich alle Menschen, dass das hier auch zur Trinkwassergewinnung Gewinnung genutzt wird. Aber das ist leider so. Unterhalb von mir, ja man wird es auf der Kamera wahrscheinlich nicht sehen, sind jede Menge Enten und Gänse, die da ihre Bahn ziehen. Äh, schade. Ne, ist ein bisschen dickig. Hier haben sie noch nicht ausgedünnt. Deswegen sieht man das jetzt nicht. Naja, lasst euch gesagt sein, da waren viele Enten und Gänse. Hier nochmal vielleicht zu sehen. Ne, sind weiter links gewesen. Naja, ich hab's versucht. Wie man hier jetzt schön sehen kann, die Stürme in den letzten Tagen haben doch ganz schön was angerichtet wieder. die Nadelhölzer, die hier umgekippt sind oder entwurzelt sind, haben alle so eine Länge von ja, 30 Metern, würde ich sagen. Man kann das überhaupt schlecht schätzen, aber schon beeindruckend. Unglaublich! Vor mir ist ein Radler zu sehen. Es hat sich doch noch jemand rausgewagt. Ist ja eher selten, dass ich morgens jemanden unterwegs treffe. Aber der wird's genauso genießen. Hier in der Kurve fährt man im Grunde direkt auf dieses satte Grün zu. Alles moosbedeckt. Klasse! Und dann kommt man hier wieder irgendwo raus. Mal kurz orientieren. Richtung. Oh, da! Ein Fischreier. Klasse! Ja, schöne Hütte hier am Rand. Lädt auf jeden Fall ein zum Pausieren. Aber das ist noch nicht nötig. Oh, ich glaube, ich drehe noch mal kurz und fahre mal da den Weg rein. Da geht es auch noch mal um irgend so ein Becken. Sollte man sich ja nicht entgehen lassen. Aber vorher fahre ich mal ganz kurz da vorne hin. Da ist so ein schöner Überlauf Trichter. Aber auch da wird man wahrscheinlich wieder nicht drauf gehen können. Aber zumindest sieht man so ein bisschen von hier. Ja, klasse. Schön. Jetzt probiere ich gerade mal was aus, ob man mit diesem Ding hier vielleicht auch zoomen kann. Wenn ich hier irgendwie drücke... Ne, da tut sich nichts. Ja, war ein Versuch wert. Gut, gut. Dann fahre ich mal das kleine Stück hier zurück. Die paar Meter und hier links rein ist immer das Schönste. Wenn man sich vorher nicht groß informiert hat und sich einfach treiben lässt, hat das noch mehr erholungswert finde ich. Man hat keine Ansprüche irgendwie zu große Erwartungen. Einfach rollen und genießen. Wie man deutlich am Untergrund erkennen kann, bin ich jetzt definitiv weg von dem klassischen Radwegesystem hier und wieder auf Forstwegen unterwegs. Hier wird gerade aufgeforstet. Also der Wald ist echt gepflegt. Bemerkenswert. Nachdem ich jetzt eine halbe Stunde fast hier in den Wald gefahren bin und völlig weg bin von irgendwelchen Straßenwegen schildern, habe ich mich entschlossen da umzudrehen. Weil hier geht es anscheinend erstmal nirgends hin. Hier ist nochmal schön zu sehen dieser entwurzelte Baum und hier rechts daneben, wenn die Wurzeln standhalten, was der Wind für eine Kraft hat, einfach diesen Stamm so mehr oder weniger sauber abzuknicken. Kann man nur froh sein, dass man an dem Tag nicht hier war. und hier die Erbach-Talsperre nochmal in ihrer ganzen Pracht. Kleiner war fein. Ich glaube, dass dieser Rundweg an sich hier, was habe ich denn gelesen gerade auf dem Schild, ich glaube zehn Kilometer nur hat. Aber ist schön zu fahren. Ich will mal eben ein bisschen rauskommen, ein bisschen Ruhe und hier ist nichts. Also man hört hier weder Autos noch Flugzeuge, Traktoren oder sonst was. Der Rand hier sieht manchmal aus, als wenn er von Wildschweinen durchwühlt worden wäre. Aber ich habe bis jetzt noch nichts gesehen oder gerochen, was Wildschweine betrifft hier. Ja, hier halte ich doch noch mal kurz. Ach, hier gibt es sogar so ein Pausenplätzchen. Dann nehme ich das doch mal kurz in Anspruch. Na, hier die Treppe hoch und dann kommt man hier an diesen alten Mühlstein von der Bum-Bams-Mühle errichtet 1628 und der Standort war 400 Meter westlich von hier und wurde im Jahr 79 überstaut. Heißt, so circa in die Richtung auf Höhe des anderen Ufers stand mal eine Mühle. Aber so ist das halt mit den Talsperren. Irgendwo muss das eine oder andere dann auch weichen. Ja, auf der gegenüberliegenden Seite sieht man schön wie wieder so ein Zufluss ist. Da werde ich gleich ja noch vorbeikommen und euch das dann mal von Nahen zeigen, weil Zoom ist mit der Actioncam halt nicht. Das ist definitiv ein Nachteil. Aber ansonsten bin ich auch damit zufrieden. Ja, wenn man mal am Wegesrand rechts-links die Augen aufhält, kommen auch so kleine Teichanlagen und da ist so ein schönes kleines Hexenhäus hier anbei. Allein dieser Eingang ist ja schon schön mit diesem bewachsenen kleinen Dächlein. Natürlich betreten verboten, ist klar, weil sonst wahrscheinlich wieder genug Idioten nur Mist machen würden. Aber so eben vorbeifahren, ich muss zwar gleich wieder zurückfahren, aber das ist es definitiv wert, ist das doch auch schon sehr schön. so leicht verrotteten Charme. Schäbischick sagt man heute, oder? Wenn altes verrottetes trotzdem noch ganz gut aussieht. Schäbischick, glaube ich. sind überall hier so kleine Buchten, die freigeschnitten sind, dass man auch schön auf den See schauen kann. Ein paar Bänke, eine Hütte bis jetzt. Ach, und hier ist jetzt der Zulauf. Ja, da gehen wir doch eben runter. Hier ist schon so ein kleiner Trampelpfad, den nutze ich dann auch mal, um nicht noch mehr zu zertreten, als rundum schon ist. Recht schmierig, aber passt schon. Da wir es ja noch frisch haben, ziehe ich ja auch immer die guten festen Wanderschuhe an. Da kann man auch auf solchen Wegen mal eben geschmeidig durchgehen. Ja, das wird einer von diesen Zuflüssen sein, die unterirdisch zugeleitet werden von der Krapke, hieß es glaube ich, das Bächlein. Und so sieht das Ganze dann aus. Oh, die Tür ist aufgebrochen. Ja, auch nicht gut. Naja. Und hier fließt es runter. Schön gemacht mit diesem Natursteinbett. Macht das Ganze ein bisschen attraktiver, das Wasser wird nochmal mit Sauerstoff angereichert und klingt unheimlich toll. Ich hoffe, man kann es erkennen, die Sonne ist da. Wenn auch nur schwach, aber sie ist da. Wird Zeit, dass ich gleich wieder aus dem Wald rauskomme, um auch ein bisschen von der Sonne zu genießen. Aber, wie ihr über mir seht, der ganze Himmel ist mittlerweile blau. Da in der Ferne ziehen die Wolken gerade weg, die bis gerade die Sonne verdeckt hatten. Deswegen wird noch schön. Hier ist auch schon die nächste kleine Hütte zu sehen. und die sind auch alle in gutem Zustand. Auf der anderen Seite wieder ein Zufluss. Ich hoffe, ich schwenke nicht so schnell mit der Kamera, dass die Bilder überhaupt hinterher kommen. Nicht, dass das nachher wieder so eine verpixelte Aufnahme wird. Oh, wo lang? Wo lang? Geht beides. Nehmen wir den hier. Ist näher am Wasser. Ja, hier ist jetzt die gegenüberliegende Seite von der Talsperre. Wie ihr seht, sieht man nicht viel. Es geht ins Tal herunter, das ist klar. Da unten wird das Wasser langsam rausgelaufen oder rauslaufen gelassen. Was halt so rauslaufen muss wahrscheinlich. Aber ich nehme euch jetzt noch mal mit zur anderen Seite, damit ihr hier die schöne Seite auch noch mal seht, die ja nun wirklich wesentlich schöner ist als die Rückseite des Dams. Der Wind ist jetzt recht kräftig, Fahrrad muss ich anlehnen, mit Ständen alleine funktioniert hier nichts mehr. Ich hoffe, diese kurze knackige Tour hat euch gefallen und ich kann auf jeden Fall sagen, dass es mir gefallen hat. Ja, macht's gut, euer Markus und Monty. ich eine habe in сор mit ich Vielen Dank.